Musik Volke Teggethoff präsentiert zum 29. Mal das Internationale Storytelling Festival. Erstmals an vier Standorten in Österreich. Neben der Steiermark, Wien und Niederösterreich feiert das Festival heuer Premiere in Oberösterreich. Seien auch Sie mit Ihren Schülern dabei und erleben Sie Erzählkunst aus aller Welt am 19. und 20. Mai in Linz. Österreichs größtes Forschungsevent geht in die siebte Runde. Die Lange Nacht der Forschung bietet Jung und Altwieder die Möglichkeit, in die Welt der Forschung einzutauchen. Interaktive Präsentationen, Führungen und Mitmachstationen laden am 22. April zum Experimentieren und Informieren ein. Mode ist ein knallhartes Geschäft, für das manche Menschen sogar ihr Leben lassen müssen. Werfen Sie mit Ihren Schülern in The True Cost – Der Preis der Mode – einen Blick hinter die Kulissen der Modewelt. Termine in Oberösterreich gibt es rund um den Schulschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Haha Good